hallo leute was geht ab ich bin wieder so wie die 7 und ihr seht schon ich hab hier einen lucky block und wir testen mal heute eine lucky blockmatte und hier haben wir irgendwelche random potions die machen wir mal weg ja ich bin wieder bei am start jetzt hoffentlich das vielleicht nochmal täglich videos kommen ja wenn ihr das umgefeiert lassen oder was leichter denn lucky blöcke haben mich so wie meine kinder begleitet ich hab mir gerne noch mal die videos angeguckt mit lucky blöcken und habe ich dann hier und möchte ihn mit euch testen und ich habe jetzt auch kein so großes ziel vielleicht mal alle items durchschauen ich werde auch wahrscheinlich sehr sehr oft sterben weil die lucky blöcke sind heute verschiedene in verschiedenen strukturen unterteilt zum beispiel hier eine und die kennen von black plus 100 bis black minus 100 vorhanden sein und natürlich schädelten block ist immer noch der beste block überhaupt und die videos werden jetzt ziemlich gekürzt so fünf minuten weil ich es so nicht schaffe dass ich größer an der videos machen und länger nicht weil ich so in den ziemlich nicht leistungsstarken computer habe und der dann ist nicht schafft hochzuladen weil das erste video als jetzt die richtige über ein richtiger kampf das hochzuladen und das hat tage gedauert und mit viel baggerei und so und da ist auch perfekt und das soll mein lieblings lucky block sein weiß ich nicht normalerweise ist er immer gut aber baut viel pech dabei die modversion findet ab 1.8.9 statt und hier haben wir direkt ein guter lucky block mit der war so gut ich versuche täglich videos zu bringen weil ich wurde sehr sehr inaktiv das tut mir auch leid aber er kann man nichts machen stress in der schule und ja wenn es dann alles geschafft ist werden auch videos wieder mit dem christ kommen aber derzeit glaube ich ist besser wenn ich alleine mache und die lucky blöcke irgendwie kann ich nicht auf den mod laden das ist ziemlich ärgerlich ja weil dann könnt ihr auch vielleicht kommt und ein paar lachen blöcke öffnen hier haben wir noch so ziemlich am schluss jetzt das video schon noch mehr legen und dann würde ich sagen den plural öffnen wir noch und dann war es das auch schon wieder ich weiß sehr sehr kurz sonst gibt es leider nicht muss ich mal schauen wenn ich ein bisschen leistungsstarkere geräte habe wo ich laden kann dann kommen natürlich auch wieder länger die videos aber wenn ihr wenn ihr lust darauf habt kann ich auch zwei parts pro tag dieser nicht bekommen ja dann leute ich würde sagen das war es mit der ersten folge von den neuen projekten klasken leichter und abonniert den kanal glocke aktivieren nicht vergessen und ja dann haben wir in den nächsten tagen ein bisschen spaß mit und ja ciao